Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, wir sind im Deutschkurs A2.1.1, auch 2.2 oder B1 bis B2 oder DSH Vorbereitungskurs im Kapitel 22. Wir üben grammatikalische Transformationen, die sind prüfungswichtig vom Nomen zum Verb. Wir sind in der Übung 7, nein 9 und das Thema ist Ausbildung, Ausbildung und Beruf. Nummer 49, die schwierige Frage der Studienwahl. Nummer 50, die lange Bewerbung um einen Studienplatz. Nummer 51, die wichtige Entscheidung für den Studienort ist schwierig. Nummer 52, die mühselige Suche nach einer günstigen Unterbringung, das heißt Wohnung. Nummer 53, der Abschluss des Mietvertrags. Und Nummer 54, die leidige Angelegenheit der Beauftragung eines Maklers. So versuchen Sie diese Nominalisierungen in Verbalisierungen, in Nebensätzen zu transformieren. Ich werde Ihnen im Beschreibungsteil des Videos die Lösung nachliefern. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, besonders vor einer bevorstehenden Prüfung. Und sage Tschüss.